hey leute was geht für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem channel und heute gibt es ein team of the year discount battle einer wird hier am ende auf den transfermarkt gehen nach totti karten gucken und dann eventuell totti ronaldo totti macy totti van daik totti mbappi oder wen auch immer bekommt das karten kann sehr sehr teuer werden und das ganze mache ich heute gegen tizi finanzamt finanzamt schubisch wir haben gerade noch willkommen vom steuerberater wir haben festgestellt ist eigentlich eine faire 5 prozent los wie auf madeira deswegen wollen wir jetzt auswandern denn hier war auch dabei hat er gesagt wir gehen wir gehen wir haben uns die bilder angeguckt dort dass die geisteskrank aus ist günstig alles die häuser die wir uns hier in deutschland gekauft haben da fährt man dort eine villa mit blick über über den atlantik und alles bekommen deswegen haben wir ein bisschen was falsch gemacht oder verlieren dieses drafts muss die drei häuser bezahlen dort ja ich hätte gerne große pool ja wir bauen uns ein pool durch alle drei gärten durch das ist krass und der verlierer darf den pool ein jahr lang nicht benutzen dann musst du den pool sauber machen scheiße man ok ihr seht wir sind motiviert gutes draft zu bauen seid ihr schon im bildschirm wo wir rein starten können wir ja den daumen nach oben da lasst weil das eine geisteskranke serie und eine sehr sehr teure serie ist und checkt den kanal von tizi schubecher link ist in der beschreibung dort kommt morgen nämlich das rematch wo es auch wieder teuer wird von mir aus können wir reingehen jungs genau bei unentschieden wird ein pack gezogen das entscheidet ist egal das gibt es egal oder so ja gut special card ist ja immer bloß 1 rating 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 aber macht was du willst aber ich würde sagen nein die hat so viele links die formation gibt mir eicons bitte ea ich glaube an euch gibt mir ein paar icons ist aber klar für transfer magia wichtig aber habt ihr eine formation mit flügelspielern oder ohne genommen wir hätten eine mit flügel gehabt timo hat sich dagegen entschieden bei mir auch so ich weiß nicht ob das richtige entscheidung vielleicht halt dein maul eine eine owner ist mir sicher ja okay okay also 99 maradona der schmeckt schon der passt in den draft rein hast du den was nein nein war natürlich nur ein witz her was das ist eine formation man ja wie läuft bei euch so also ich habe bisher sechs spieler vier eigens ja scheiße man okay bei euch läuft aber die haben nicht so hohe ratings das bringt gar nicht mal so viel das sorgt jetzt bei mir nur dafür dass ich die chemie halt schon mal sicher hat ich weiß gar nicht nur noch drei positionen offen wir sind aber da sind auch ich muss wegen dem rating oder muss gehe ich auf chemie passt ja eh nicht drin lassen komm jetzt noch einen der gut passt der passt noch so ne ja 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 das sind zu viele ratingpunkte die man wegrüßt aber am schieß wichtiger es ist halt immer so ne gehst halt risiko naja da kannst du gut gebungen das bringt gar nichts mehr als modeller die gar seine formation war richtig schmutz sag ich dir jetzt mal direkt ich hole das rum ich reiche das bruder rum die passen halt alle gar nicht rein mann den hat man mit den erst mal oder könnten ja ja ihren mann wo kommt der denn her Timo bleibt cool bisschen verunsichert mit rumschreiben dann brauchen wir uns auf chemie kommen ich sehe das schon gut aus ja aber chill keiner passt keiner passt warum passt keiner ja nimm mit warum passt hier keiner das wird die müssen jetzt richtig rotzen ich bin lief dran wichtig nehmen wir mit ja hätte doch ein anderer Tor wieder mitnehmen können aber du kannst erstmal dafür den anderen verdienen drauf erst jetzt ja perfekt perfekt ok es wird es wird es wird perfekt ok es wird es wird es wird muss mit muss 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 wie komm ich hier aufschreiben muss was hab ich getan wenn sie mitnehmen ja 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 ok bei ihm läuft das wie das gefällt mir gar nicht bei mir läuft richtig alles was ich gebraucht habe kam irgendwie so jetzt nur noch paar spieler mit ratings ja das geht ja gut sonst halt gar nicht rein nehmen wir mal mit ne ja kannst du mit dem passen sind oder du bist da Kosta wegen Mauler aber die ist halt wir wünschen die ist halt aufgelöst ja wir machen sie doch eh rüber haben wir gesagt mit sollen wir das mal machen ja das können wir mal versuchen den mit ja versuch's mal jetzt baume ja erst mal kommt der bratern ja der kommt da rein dann tauchst du die ganze stelle dann kommt der bratern hier rüber dann fliegt der bratern hier hin was kriege ich für sachen gerade den du den da mit dem noch tauschen ne links 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 ah bringt gar nichts scheiße ja egal können wir uns so lassen jetzt achso ne das war dumm weil jetzt können wir eigentlich auch den hier nehmen wie soll ich hochkommen ja ne bringt auch nichts ne ne du kannst so machen genau kannst du den Romagnoli wechseln ne wechsel das mal ja wechsel mal Romagnoli in der Mitte ja rein dann setzt du da Mauler äх genau Ding und ober��ula dann hast du halt noch diesen Pan Bahnevi na wir sind auf jeden Fall höher na und kannst du den da rein setzen hä mit Silber spiel auf sowas fuck vielleicht noch das machen ok wir haben noch paar positionen blank weil Quan Ich habe alles jetzt abgeholt und ich weiß echt nicht, ob ich ihn oder was ihm nehmen kann. Kannst du Diana mitnehmen und der bringt uns nichts. Der bringt uns auch nichts, aber kann man mal mitnehmen halt. Nehmen wir mit? Ja. Wir müssen jetzt schon gucken, dass wir jetzt ein bisschen hochkommen. Ja, der ist gut. Der? Würde vorne zum Henry. Hätte ich einfach diesen verdammten Valencia genommen. Wir können beide nicht wirklich stellen. Nehmen wir den erstmal, ne? Ja. Wir brauchen nur eine Position, wir müssen nur belieben in eine Position. Bring zwar eh nix hier zu tauschen, aber ich kann auch nix anderes tauschen. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, die mit könnte was bringen sogar. Das kann nicht sein, Mann. Das hat so gut gestartet. Der passt da wieder zum Schneratti, ne? Aber nach hinten hin passt man halt nicht, ne? Ja. Ja. Ich glaube, der andere ist besser. Gern du? Ja wohl, wenn wir Ratti in die... Scheiße, wenn wir Ratti in die Mitte gehockt hätten, wäre halt auch gegangen, aber... Könnte er den Mauler nicht wegmachen? Ja. Oh, aber Reus? Wird auch schwer. Jeder, der reinkommen würde, wird alles zerstört, finde ich schön. Sollen wir auch Reusow mitnehmen? Das klingt grad aktuell nix, denn in der Mitte steht Bombefest, ne? Wir brauchen noch eine Position. Der ist wichtig. Nehmen wir den? Ja. Oder? Oder den Ding. Was machen wir noch? Nehmen wir den irgendwo, oder? Godin. Für wohin? Ne, bringt uns auch nix. GD, kann nix ändern. Hier geht nix mehr. Ich dachte, mein Drawf wäre krank. Ist einfach so ein Schimmel-Drawf jetzt am Ende. Aber es geht ja nicht. Ja, wir sind auch grad hier noch ein bisschen am rum... Was? Das sah so gut aus. Die ganzen Spiele haben halt gar keine hohen Ratings. Ich hab einen Pick verkackt. Hätte ich den anders gewählt, hätte ich Saved den Rating. Saved, ne? Jetzt müssen wir gucken, ob wir das irgendwie dann... Ja, okay. Ich hab auch glaub ich... Ja, der... Wenn wir den schon da reinballern... Oh, ne. Okay, okay. Müssen wir gleich gucken. Oh, fuck. Hätte ich gewusst, dass hier noch eine Icon kommt, hätte ich Saved den Rechtsvotel anders. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Den musst du fast sogar mitnehmen. Der Wohli, ne? Wir sind jetzt noch ein bisschen am Umbauen hier. Na, ich bin... Also ich kann echt nix mehr machen. Ich bin durch... Ich bin... Wie sieht's aus? Chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Jetzt kann ich wieder... Zeit, Zeit ist am Laufen hier. Wir müssen halt eigentlich mit dem hier gehen. Scheiße. Wir könnten noch eigentlich... Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz überlegen. Ah, du kannst... Huli ins Tor. Ja. So, dann haben wir noch den Pratan. Ja. Dann könnten wir noch das hier machen. Kannst du da Parcero reinmachen? Genau. So. Eigentlich müssen wir das genau auf die andere Seite bauen, oder? Ja, ja, ja. Ja. Ja, du hast noch diesen LRV. Kannst du den Juri reinstellen? So, so. Juri. Wo haben wir denn? Wo ist er? Links. So, so. Gib uns die Zeit, die wir brauchen. Ja, ja, ja. Nein, das bringt nix. Bau's mal wieder anders da rum. Ich muss schnell pissen. Sorry, Jungs. Ah, wie war's jetzt überhaupt? Bau irgendwie oben wieder. Super, jetzt kann ich wieder alles zurückbauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Hä, wie waren das? Meinen stehen einfach seit zehn Minuten. Ja, ich weiß immer, wie es war. Okay, wir brauchen einen Leak-Sandardär. Wir sind durch. Wir holen Trainer. Komm, scheiß drauf auch jetzt. Wir holen Trainer. Okay. Jungs, ähm, ja. Ja, zehn Jahre später. Ja, zehn Minuten lang mindestens. Wird ihr noch an eurem Team rumgebastelt. Ich steh schon lange, weil ich kann hier auf jeden Fall rein. Gern. Können wir Trainer abholen? Ja. Ich dachte, ihr seid schon dabei. Ich hab meinen Trainer schon genommen, aber bei mir, der hat ja eh nichts verändert. Deswegen, bei euch ist das Spannende. Ja. Ihr freut euch. Das ist der zweite. Da ist er doch. Da ist er! Da ist er doch! Versteck dich schon in der Power-Klatze, Digga. Okay. Das Schwitzen und Quinten hat sich echt noch gelohnt. Wir haben echt noch einen Punkt rausgeholt. Ich mach's kurz und knackt. Wir waren eben schon lange genug dabei. Ja. Wir haben 192. Jo, ich hab auch 192. Also gibt's tatsächlich Respekt zur Entscheidung. Krank. Zehn Minuten nochmal Draften bauen hat ja richtig gelohnt bei euch. Ja, weil mich nicht mehr verloren. Sonst hätten wir verloren. Ja. So, es sind ja Special Packs da, ne? Oh, Kacke, Digga. Danny, du zählst runter. Oh, ich muss kurz einmal in den Shop haben wir da. Wo sind die Special Packs? Welche Special Packs nehmen wir? Diese 12,5? Was sind das für Packs? Ja. Die haben halber Preis. Also, wer das niedrige Rating hat, muss diskarten. Ja. Gar kein Bock. Ich schwöre, ich hätte als Rechtsverteiger nur Valencia nehmen müssen. Ich hätte ne 93er Rating gehabt. Aber ich bin auf Nummer sicher gegangen mit Liga. Hätte ich gar nicht machen müssen. Okay, machen wir auf. Ja. Drei, zwei, eins. Öffnen. So, bitte, 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 bitte. Lass es kein Karl-Heinz sein. Oh Gott. Zählt jetzt der, der hier ist, oder der höchste im Pack? Der, wo da steht. Der, wo da steht. Der, wo angezeigt wird. Okay. Fuck. Ja, habt ihr über 80? Wir haben 84er Hamschick. Ja. 83er Demir. Ja. Es war so klar. Aus der Hölle. Es war so klar. Aus der Hölle sind wir auferstanden, ne. Ich fühl's grad, du. Ich fühl's auch. Unsere Gemeinde. Nicht gelohnt, Digga. So, dann einfach auf dem Transfermarkt. Meister. Juhu. Meister. Seht ihr, meine Formation hat sich bewert, Junge. Ja, gut. Du hast gezweifelt. Ja, schon hat, ne. Was ist denn krass? Ich hab sogar schon Team of the Year Filter drin. Weil ich nicht so sag, was ich suchen soll. Ja, geht rauf. Wir sagen dir deine Zahl. Okay, warte. Ich guck erstmal, ob teure da... Oh, what? Sag die Zahl, Timor. Oh mein Gott, was kommt da noch alles? Kann ich? Digga, ja, sag irgendwas. Nummer 2. 2 Millionen Coins kannti, Totti. Ohhhh! Uhhh! Stärke Nummer, Digga. Hat's nicht gelohnt, dein Quint. Ja, so ein Falsver Valley. Wegen einem Pack noch von dir. Sorry, Bro. Teilt man trotzdem noch die Hütte in Madeira oder willst du noch eine andere Insel? Ich gehe ganz woanders, in andere Seite der Welt, in Australien oder irgendwo. Ey, boh gar nicht ehrlich. Timo ist gerade aufgefallen, bei unserem Draftumbau übrigens noch mal. Wir hätten gar nicht auf das Risiko gehen müssen, aber egal. Es hat trotzdem gereicht. Auf jeden Fall, Team steht. 10 Non-Rest mit Kante Totti hier, aufentspannt in eine Gold-Upgrade-SPC, wo man immer richtig geile Packs bekommt. Ja, scheiße. Okay, Kante geht weg. Rest in Peace. Ja, rip Kante. Ich weiß nicht, ob ich nochmal... Ey, wir nehmen gleich noch das Rematch-Feuer-Kanal auf. Ey, da werde ich auch so schwitzen. Glauben wir, ich jetzt auch. Ich sitze auch gleich eine halbe Stunde und versuche noch irgendwas zu drehen und zu machen. Ey, Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben für den Kante Totti Discard da. Checkt den Kanal von Tizi ab. Link in der Beschreibung, wir sind raus. Macht's gut, bis dann. Haut's da rein. Ciao, ciao.